Der Tag der Tage nach der Nacht der Nächte. Der Tag vom Auszug nach der Nacht vom Pessach. Endlich frei. Frei von der Versklavung, frei von Angst und frei von Unterdrückung. Endlich frei. Das wünscht mir auch heute ganz vielen Völkern auf dieser Erde. Endlich frei. Mehr als ein Million Leute ziehen heute Mose durch Schilfmeer ins Gehortimat. Endlich frei. Und das wünscht sich auch viele Menschen von heute für sich selber. Frei von Schuldgefühlen. Befreit vom mühsamen Leben auf dieser Erde. Good News für uns alle. Es gibt einen Ausweg durchs Meer von der Schuld. Einer hat den Weg freigemacht. Ins ewige gelobte Land. Es ist Jesus. Er sagt selber, ich bin der Weg. Zum Vater kommt man nur durch mich.